Ich frage mich generell, was kann man eigentlich noch glauben? Ich bin mir manchmal nicht sicher. Die Pandemie ist bald vorbei. Glaubt ihr das? Die Pandemie wird uns noch sehr lange begleiten. Glaubt ihr das? Ich weiß es nicht. Was kann man glauben? Ich habe neulich gelesen, Troja ist ein koreanisches Schwert. Ne, das war anders. Das hieß Corona ist ein Trojanisches Pferd. So was.